Danke für die Deckung. Das galt mir. Wo ist der? In der Tür wo Hobes steht. Da das Holzhaus. Wo das mit dem Graffiti dran. In der Kreuzung direkt. Ja das Holz das da wo Hobes dran steht. Mit Graffiti. Gleich vor dir. Links. Da hocken mindestens zwei noch. Der guckt immer zur Tür drauf. Klar wieder. Oh, was ist denn her? Klar wieder. Hinter dem Haus ist noch einer. Dieses Holzding da. Das muss ich hier noch langsam erwischt haben. Oh. Sniper. Oh. Deckbeschuss von vorne. Das Haus links. Seht ihr das? Wo Hobes dran steht. Da sitzen zwei drin. Ja, da kommst du ja nicht. Frank, ich bin bei dir. Vergriffst du durch das Loch da. Wo kommt denn das jetzt? Ja aus dem Holzhaus da. Riesentür. Ja aus dem Holzhaus. Was. Kannst du hier reingehen? Wie ist das Loch? Ach, hab ich geworfen. Für euch. Ja, da hör. Vorher ist nur Licht. Ja, ich weiß. Zwei Uhr ist es. Ihr habt unlimitiert Leben. Fällt doch einfach an. Habt doch keine Lust. Können wir unterschätzen? Auf 11 Uhr Von der Holzverkleidung Da ist links einer und links einer Ich kann das nicht so weit Aber jetzt ist der eine mit der Warnweste Da wollte der eine mit der Warnweste stehen Da wo der grüne Rauch ist Nicht geradeaus Die müssen heute eigentlich eh weg sein Ja genau Wenn sie es rachen Ist das da hinten hier safe? Ist das hier hinten der Bereich safe? Da hinten ist die Warnweste in dem Bereich Ist das okay? Ich hab im Moment gar nicht mehr wo irgendwelche Leute hinunter Er hat doch gerade gesagt die sind ganz zurückgedrängt Also müsste der Wald eigentlich soweit sicher sein Und nur die zwei Idioten da halt noch Der den grünen Rauch übrigens ignoriert hat Der grüner Rauch interessiert ihn nicht So wie es aussieht Der grüner Rauch Das gibt es doch nicht Das gibt es doch nicht Da schießt du wieder auf mich? Wo schießt denn der? Hit! Links unten. In dem Haus, wo das Haupt dran steht. Geh in die scheiß Bushaltestelle. Da steht ein Haus, da wurde mit Graffiti Haupts dran geschrieben. Da sitzt einer drin. Geh in die scheiß Bushaltestelle. Ja!